Ja, hallo, ich bin der Markus von Skills Programmieren und ich bin jetzt beim Stand von der HTL Kona Stadt. Was machen wir hier? Philipp Seiberg. Okay, und was machen wir hier? Ja, also wir lernen grundsätzlich mehrere Abteilungen. Wir haben auch viele Abendschüler unterrichtet oder berufstätigen, glaube ich, auch Ausbildungen. Ja, was machen wir grundsätzlich? Wir lernen Schrankungen zu die Mechanien anzuwenden. Wir lernen genauso Software Engineering, das heißt, wir können Software schreiben, informieren, was wir auch können. Wir können Regelungstechnik machen. Wir haben diesen Instruktiven, mit denen wir kooperieren. Wir können quasi praxisbezogene Projekte sowieso auch machen. Wir können aber auch Projekte intern einbringen. Wir haben hier zum Beispiel Projekt von der HT-Abteilung. Da haben wir zum Beispiel eine Eiwartsteuerung gebaut. Das war also ein privates schulisches Projekt. Und ja, das war das Grund jetzt. Okay, wie viel kostet das denn jetzt? Die Ausbildung? Die Ausbildung kostet nichts. Wir sind eine öffentliche Schule. Jeder kann zu uns kommen. Einzigweise zahlen müssen ist der Arbeitsbeitrag, der eben verwendet wird für Druckerpapier, für den Kommutersaal, für weitere Zugkäufe von Biemann und für die Klasse gestalten. Okay, braucht man irgendwelche Vorschläge oder was gibt es für Voraussetzungen, dass man aufgenommen wird? Voraussetzungen gibt es grundsätzlich jetzt einmal keine. Was man schon braucht ist, was wir haben, von der Hauptschule der dritten Leistungsgruppe muss eine Aufnahmskursung stattfinden. Ab der Hauptschule der zweiten Leistungsklasse ist es nicht mehr notwendig. AHS auch nicht. Vorerkenntnisse braucht man nicht. Man braucht dafür Interesse. Okay, danke. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Wir sehen uns.